Mike Franz ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und heutiger Funktionär. Karriere Mike Franz wuchs in Langenstein bei Halberstadt auf und begann dort seine Karriere als Fußballspieler beim SV Langenstein, Harz. Von dort wechselte er 1997 zum VfB Germania Halberstadt, bevor er im Sommer 1998 zur Jugendabteilung des 1. FC Magdeburg ging. Mit der A-Jugend des Klubs gewann er 1999 den DFB-Junioren-Vereinspokal. Mike Franz spielte bis 2001 in der Abwehr des 1. FC Magdeburg und wechselte dann zum VfL Wolfsburg, bei dem er mit der Rückennummer 33 auf der gleichen Position in der Fußball-Bundesliga spielte. Franz zeichnete sich dort durch seine Zweikampfstärke aus. Er gewann 63% seiner Zweikämpfe und war in dieser Beziehung Wolfsburgs bester Spieler. Er bestritt 90 Bundesligaspiele für den VfL und erzielte dabei zwei Tore. Zwischen 1 und 2 Im Juli 2006 wechselte Franz zum damaligen Zweitligisten Karlsruher SC. Er stand neben dem Schweizer Ergiemann von Beginn an in der Innenverteidigung der Stammelf und spielte mit seiner Erstliga-Erfahrung eine wichtige Rolle in der Karlsruher Aufstiegsmannschaft. Nach einem persönlich und mannschaftlich erfolgreichen Start in die Bundesliga-Saison 2007-08 verlängerte Franz seinen Vertrag beim KSC vorzeitig bis in das Jahr 2011. Seit der Saisonvorbereitung 2008-09 trug Mike Franz die Kapitänsbinde beim Karlsruher SC und löste damit den nach Hannover transferierten Mario Ergiemann ab. Nachdem sich Franz im Oktober 2008 ein Knochenödem in der rechten Phase zugezogen hatte, mussten ihm Ende Januar 2009 nicht abheilende Sinnenanteile operativ entfernt werden, weshalb er weitere drei Monate ausfiel. Im April 2009 feierte er nach einer Einwechslung in einem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim sein Comeback. Nach dem Abstieg des KSC wechselte Franz zur Saison 2019. zu Eintracht Frankfurt. Er unterschrieb bei den Hessen einen Vierjahresvertrag, der nur für die erste Bundesliga gültig war. Am Ende der Saison 2010-11 stieg Franz auch mit der Eintracht ab. Da man sich nicht auf einen neuen Vertrag mit Gültigkeit für die zweite Liga einigen konnte, verließ Mike Franz die Eintracht nach Saisonende. Zur Saison 2011-12 wechselte Franz zu Hertha BSC. Im Dezember 2011 riss ich Mike Franz das vordere Kreuzband im rechten Knie. Ohne einen weiteren Saisoneinsatz nach dieser Verletzung stieg Franz mit Hertha BSC am Ende dieser Spielzeit zum dritten Mal in seiner Karriere in Die 2. Bundesliga ab. Nachdem er in der Bundesliga-Saison 2013-14. kein einziges Mal für Hertha BSC eingesetzt worden war, wurde Mike Franz am 6. Februar 2014 in die in der Regionalliga Nord-Ost-Spielende zweite Mannschaft von Hertha BSC versetzt. Am 9. Mai 2014 wurde der Vertrag aufgelöst. Am 15. Januar 2015 verkündete er sein Karriereende vom Profifußball wegen fortdauernder Kniebeschwerden. Am 12. Februar 2002 bestritt Franz gegen Nordirland sein erstes von insgesamt 19 U21-Eländerspielen. Er nahm mit der U21-Nationalmannschaft an der U21-Europameisterschaft 2004 in Deutschland teil, bei der im Spiel gegen Schweden zu seinem einzigen Einsatz kam. Zudem spielte Franz 2002 einmal im Team 2006. Spielweise In der Saison 2007-08 wurde Mike Franz öffentlich für seine Spielweise kritisiert. Diese sei zu sehr von überhartem Einsatz und andauernden Provokationen der gegnerischen Spieler geprägt. Die Kritik gipfelte im Februar 2008 nach dem Spiel VfB Stuttgart gegen den Karlsruher SC durch Mario Gomez, der Mike Franz nach Spielende grob beleidigte. Die Wortwahl revidierte Mario Gomez im Nachhinein, hielt jedoch an seiner Kritik insgesamt fest. In der Folge wurden die öffentliche Kritik wie auch die Unterstützung für Mike Franz intensiver. Mit dem Ende der diesbezüglichen Berichterstattung ebte die Diskussion nach wenigen Wochen wieder ab. Im April 2011 kritisierten der Bremer Spieler Thorsten Frings und sein Trainer Thomas Scharf Franz Spielweise. Nachdem dieser den Spieler Danny Avdittchen einem Kopfballduell mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen hatte. Wegen seiner Spielweise wurde Franz des Höfteren mit der gelben Karte verwarnt. In der Saison 2019 spendete er für jede seiner elf gelben Karten 500 Euro für einen guten Zweck. In der Saison 2010-11 erhielt er in 23 Spielen 13 gelbe Karten. Funktionärskarriere Seit Anfang 2016 unterstützt Mike Franz den 1. FC Magdeburg als Assistent der Geschäftsführung schwerpunktmäßig im sportlichen Bereich. Er arbeitet im Rahmen seines dualen Studiums Sportmanagement an der Elbe. TV-Karriere Im März 2015 übernahm Franz die Reportagenreihe Iron Mike Sport am Limit im Rahmen der Sendung Inside Report des Privatsenders Sky. Erfolge 2007 Zweitligameister und Aufstieg mit dem Karlsruher SC in die 1. Bundesliga 2013 Zweitligameister und Aufstieg mit Hertha BSC in die 1. Bundesliga Zweitligameister und Aufstieg mit Hertha BSC in die 1.